Guten Morgen, na, gut gefeiert. Genossinnen und Genossen, ich bin gerne hergekommen nach Dresden, denn eins hat die Jusis schon ausgezeichnet, als ich noch aktiv war. Wir haben im Gegensatz zur jungen Union und zur jungen Liberalen nie Menschen, nie einzelne Gruppen in der Gesellschaft gegeneinander ausgespielt. Applaus Für uns geht es darum, auch bei der Rente nicht jung gegen alt, uns geht es um ein solidarisches Miteinander aller Generationen und für uns ist auch klar, auch die Enkel möchten, dass Oma und Opa gut geht. Applaus Und, wisst ihr, das Problem bei den Konservativen und Liberalen ist, die denken immer nur im Wettbewerb, im Gegeneinander, nach dem Motto, wenn es dem einen besser gehen soll, dann geht das nur, wenn man dem anderen was wegnimmt. Wir wissen aber, es geht nur zusammen, zusammen sind wir stark, liebe Genossinnen und Genossen. Applaus Und wenn ich den Chimiak oder wie der heißt, dann in einer Talkshow sehe und der dann die Frage von Solidarität zu einer technischen Lösung versaubeutelt, Applaus Und wenn er ein Automatismus vorschlägt zwischen Renten, Alter und Lebenserwartung, dann kann ich euch an der Stelle nur eins sagen, es geht nicht darum, dass wir irgendwelche technischen Rechenschiebertricks machen. Applaus Ich glaube, dass der Junge in seinem Leben noch nichts geschafft hat und auch noch nicht mit Leuten geredet hat, die mit irgendjemandem geschafft haben. Applaus Ich glaube, wir dürfen doch nicht alle über einen Kamm scheren. Eine Krankenschwester kann doch nicht bis 70 abend, wenn irgendwelche professoralen Sesselfurzer das können, dann gönne ich Ihnen das, liebe Genossinnen und Genossen. Applaus Gar kein Problem. Applaus Ich kriege jetzt bestimmt wieder ganz viele Briefe von Professoren. Aber das ist doch die Wahrheit, Leute. Wir müssen doch die intelligentere Lösung finden. Und die intelligentere Lösung ist doch das, was wir mit dem Ansatz Flexirente jetzt gemacht haben. Dass wir gucken, was kann man denn? Was schaffe ich noch? Und da ist es doch möglich, dass man sagt, ich gehe mal teilweise noch arbeiten, bin aber schon teilweise in Rente, dass wir einfach es individuell machen, dass wir sagen, das, was die Menschen wollen, muss im Mittelpunkt stehen, was sie können, was sie gesundheitlich schaffen. Und das ist unser Ansatz. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir an dem Punkt sehr einig sind. Und dann soll die Junge Union doch damit von mir aus in den nächsten Monaten rumlaufen. Das ist doch gar kein Problem, Leute. Das gewinnen wir doch. Das ist doch ganz einfach. Das ist gar kein Problem. Applaus Jetzt habe ich ja gestern, wie ihr wisst, ist ja irgendwie, hat sich rumgesprochen, gestern, das Gesamtkonzept zur Rente vorgestellt. Und ich muss sagen, ich bin in einer ausgesprochen privilegierten Lage. Und ich fätze mal, viele meiner Vorgänger im Amt hätten sich das gewünscht. Denn das Gesamtkonzept, was ich vorlegen konnte, enthält ausschließlich Verbesserungen gegenüber dem jetzigen Status quo. Und das ist nur deswegen möglich, liebe Genossinnen und Genossen, weil es eben darum geht, dass wir einen besseren Verteilungskompromiss, dabei geht es nämlich bei Rente immer. Es geht um einen Verteilungskompromiss, dass wir einen besseren Verteilungskompromiss machen können. Und das liegt daran, dass entgegen der düsteren Prognosen Anfang der 2000er Jahre, wo wir 5 Millionen Arbeitslose hatten, wo sich damals keiner vorstellen konnte, was passiert ist dann in der Realität, dass das tatsächlich jetzt anders ist. Statt 65 Prozent Frauen in Erwerbstätigkeit haben wir 74 Frauen, die jetzt arbeiten. Wir haben viel mehr Ältere, wir haben mehr Zuwanderung und wir haben 5 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mehr als vor 10 Jahren. Und das ist die Basis für die Verbesserungen bei der Rente, die ich jetzt vorlegen kann. Denn die Sachen, die wir verteilen bei der Rente, die müssen vorher erwirtschaftet werden, Genossinnen und Genossen. Da geht es um gute Wirtschaft, da geht es um gerechte Verteilung, da geht es um erwerbstätigen Quoten. Und deswegen bin ich froh, dass ich endlich das Paket auf den Tisch legen konnte, was mehr tut gegen Altersarmut, als je ein anderes Rentenkonzept es je gemacht hat, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich will das auch sagen, warum. Ich sage, es hat noch kein Konzept gegeben, was mehr getan hätte. Diese Bundesregierung hat mehr getan für Erwerbsgeminderte als alle anderen davor. Wir haben Anfang 2014 bereits für die Erwerbsgeminderten einen wichtigen Schritt nach vorn gemacht. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir noch in dieser Legislaturperiode für die 1,9 Millionen Erwerbsgeminderten, die wir jetzt haben, das ist die Gruppe, die das größte Armutsrisiko in diesem Land trägt. Das sind Leute, die psychisch krank sind, die nicht mehr arbeiten können, die kaputt sind. Und dass wir an der Stelle sagen, dass wir in dieser Legislatur 5 Milliarden bewegen zugunsten Erwerbsgeminderten, das darf man sich wirklich mal auf das Revier heften, liebe Genossinnen und Genossen. Und wichtig ist, ja ich weiß, hier sitzen wenig Erwerbsgeminderte heute, es ist aber wirklich die Gruppe, die am meisten von Altersarmut betroffen ist. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt eine zweite Gruppe, auf die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so kommt, die ein sehr hohes Armutsrisiko trägt im Alltag. Das sind die Selbstständigen. Und ich möchte an dieser Stelle sehr klar sagen, ich möchte, dass Selbstständige in Zukunft in die gesetzliche Rentenversicherung integriert werden. Und ich meine damit nicht die Sohle selbstständig, ich meine alle. Und ich meine das als Einstieg in eine erwerbstätige Versicherung, liebe Genossinnen und Genossen. Denn das ist der erste Schritt, 3 Millionen und wisst ihr sogar, was das Gute daran ist. Das bringt tatsächlich eine Verbreiterung der Einnahmebasis. Wir werden die nächsten 30 Jahre davon in der Rentenversicherung profitieren. Und in Zukunft werden viele, die heute nur darauf spekulieren, als kleine Selbstständige, ich kriege ja am Ende sowieso nur Grundsicherung, dann eine anständige Absicherung haben. Liebe Genossinnen und Genossen, das gilt auch dafür, dass ich gestern ein Konzept vorgestellt habe, was wirklich ein anderes gesellschaftliches Gerechtigkeitsproblem anpackt. Das ist die sogenannte Solidarrente. Und es ist nicht das Modell von Frau von der Leyen, sondern wir sagen, wir geben 10 Prozent auf die regionale Grundsicherung für Leute, die 35, 40 Jahre gearbeitet haben. Wir wollen nicht, dass die sich einer Bedürftigkeitsprüfung unterziehen müssen. Wir wollen nicht, dass sie zum Sozialamt dackeln müssen. Wir wollen, dass sie einfach mehr haben, weil sie es verdient haben, Genossinnen und Genossen. Und im Gegensatz zu den früheren Konzepten werden davon auch wirklich Millionen profitieren. Es ist ja so, dass das so klein gekäckselt wurde, dass am Ende bei von der Leyen nur 60.000 Leute davon profitiert hätten. Ja, da kann man ja natürlich Gesetze für 60.000 machen, man kann aber auch bessere Gesetze machen, die Millionen von Menschen erreichen. Und das hier ist ein wesentliches Instrument, um Leuten die Angst zu nehmen, dass sie trotz jahrzehntelanger Arbeit im niedrigen Einkommensbereich am Ende doch nicht besser behandelt werden, als all die Leute, die aus welchen Gründen auch immer nicht arbeiten konnten. Ich denke, das bringt Vertrauen in die Rente zurück, wenn wir das umsetzen. Und ich bitte um eure Unterstützung, denn durch haben wir es noch nicht. Herr Schäuble hat noch ein paar Ideen, wie man es klein häckseln kann womöglich. Ich werde mit ihm reden. Aber eins möchte ich hier klar sagen, nichts machen, was Mist ist. Gute Konzepte umsetzen. Wenn wir jetzt keine Mehrheit dafür haben, dann kämpfen wir für die Mehrheit, liebe Genossinnen und Genossen. Naja, da gibt es natürlich auch noch die Gretchenfrage. Rentenniveau. Und ich sage euch an dieser Stelle, was mir heute auf dem Weg hierher, ich bin von Berlin jetzt mit dem Auto gekommen, mal wieder passiert. Ja, soll ich zu Fuß gehen? Leute, guckt euch mal den schönen Audi an. Also, ich habe... Ich habe... Ja, ich bin ja nicht umweltministerin. Seehofer. Seehofer hat sich heute Morgen geäußert. Das sagt mein Freund Horst. Und sagt... Also, er kritisiert die Nahles-Pläne, was Rentenniveau angeht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich gedacht, Moment mal, Moment mal, da war doch was. Was hast du in der Horst Seehofer noch kürzlich gesagt? Und tatsächlich, im April 2016 geißelt er die beschlossenen Kürzungen im Rentenniveau im vergangenen Jahrzehnt. Gut. Und jetzt kritisiert er heute, dass meine Vorschläge zur Anhebung des Rentenniveaus ja sehr viel kosten. 25 Prozent Beiträge im Jahre 2045, das sei völlig inakzeptabel. Ja, lieber Horst Seehofer, wer A sagt, muss auch B sagen. Und wer die Leute bescheißen will, das geht nicht. Es kann nicht sein, dass man immer das sagt, was die Leute hören wollen. Aber dann kneift, wenn es darum geht, das dann auch umzusetzen, handfest zu machen. Und ich lege doch kein Konzept vor, wo wir eine Anhebung des Rentenniveaus bis 2045 beschließen und sagen nicht, was es kostet. Was ist denn das für eine Art von Politik? Und es kostet. Wir müssen in dieser Gesellschaft darüber reden, was ist das uns wert, dass auch die junge Generation, und das will ich an dieser Stelle mal sagen, die ganzen Typen, die behaupten, wir würden Rentenpolitik machen gegen die Jungen, Das ist nicht wahr. Denn gerade wenn ich die Haltelinie bis 2045 festschreibe, dann ist das eine Maßnahme, die den Jungen garantiert, dass sie am Ende noch eine anständige Rente hinten rausbegeben. Das ist doch nicht gegen die Jungen. Das ist doch bekloppt. Aber die Rente ist keine Sache, die im Bundesministerium für Arbeit und Soziales sicher gemacht wird für die Zukunft. Sondern eine der wesentlichen Voraussetzungen, um den, liebe Johanna, und das hat mich sehr gefreut, weil das auch ein Top-Thema meiner Zeit als Juso-Sitzende war, ist nämlich zum Beispiel Ausbildung. Denn die Wahrheit ist doch, Rente ist eine abgeleitete Größe. Es geht um Wirtschafts-, es geht um Arbeitsmarktpolitik, es geht aber vor allem um die Basis, die Ausbildung. Und deswegen will ich euch ganz klar sagen, dass ich es sehr gut fand, was ihr gemacht habt hier in Bezug auf diese Agenda in der Partei. Ihr habt es auf die Agenda der SPD gehoben. Und ihr diskutiert die Partei und bringt sie dazu, auch für die Mindestausbildungsvergütung zu streiten. Und das finde ich richtig. Und warum? Wichtig ist mir vor allem, dass wir mit einer Untergrenze BAföG-Höchstsatz ein Zeichen setzen. Und wisst ihr warum? Ich möchte nämlich, dass akademische und duale Ausbildung gleich viel wert ist in diesem Land. Darum muss es doch gehen. Und ich werde dafür kämpfen, dass auch die SPD an dem Punkt Farbe bekennt. Ihr wisst ganz genau, dass es Irritationen gibt, weil auch die Gewerkschaftsjugend da rumdaddelt. Und ich persönlich war von Anfang auch nicht einfach so dafür, sondern ich habe im Gespräch mit dem Juso-Bundesvorstand auch mich dieser Position angenähert. Es ist nicht so, dass ich sie von Anfang an immer hatte, muss ich mal ganz klar sagen. Aber dafür reden wir miteinander. Insoweit ist es aus meiner... Ja, das ist so. Ich denke, dass ihr aber wissen müsst, dass es eben genau der Punkt ist, um den es geht. Dass wir es schaffen, dass bei der Arbeit die Sachen funktionieren. Und dass es am Ende auch um gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne geht, wenn wir am Ende wirklich bei einer guten Rente rauskommen wollen. Und ich möchte etwas wiederholen, was ich euch vor ein paar Jahren bereits zumal gesagt habe. Je mehr ich mich in diesem Land umgucke. Ich war gestern in Bad Homburg, einer Uniklinik, wo die Leute mit befristeten Beträgen permanent Höchstleistung bringen. Und es ist einfach gleichzeitig ein Fachkräftemangel da. Gerade in diesem Bereich, dass einem schummerig wird und die Qualität der Versorgung darunter leidet. Und dann sehen immer noch Arbeitgeber in der sachgrundlosen Befristung einen Freibrief auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Und ich sage euch noch mal, kein Mensch braucht die sachgrundlose Befristung. Kein Mensch. Und deshalb müssen wir an diesem Punkt in den nächsten Monaten auch deutlich machen, was das für junge Leute heißt. 50 Prozent der Verträge, die junge Leute bekommen, sind alle ohne weiteren tieferen Grund befristet. Und es ist eine Misssituation für viele. Und ich glaube, wir haben es nicht bis jetzt geschafft, dieses Thema wirklich in die vorderen Ränge der Wahrnehmung auch öffentlich zu katapultieren. Und das muss sich in den nächsten Monaten ändern. Ich würde nämlich gerne dann am Ende 2017 das auch umsetzen können, wenn wir denn die Mehrheiten dafür kriegen. Das ist genau der Punkt. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt einen Leitantrag hier liegen, der mich sehr gefreut hat. Das ist, ich glaube, ihr habt ihn schon beraten. Der zur Zukunft der Arbeit. Digitalisierung kommt noch. Umso besser. Ha! Da kann ich ja noch was dazu sagen. Ich denke, ich finde es sehr gut, dass ihr euch genau wie wir als mein Haus, das Bundesarbeitsministerium, viele sich mit der Frage beschäftigen, wie sieht eigentlich die Zukunft der Arbeit aus? Wir haben dazu ein Grünbuch vorgelegt und wir werden am nächsten Dienstag das Weißbuch mit Antwortvorschlägen vorlegen. Und einer der zentralen Themen, die wir behandelt haben, ist die Frage auch der Arbeitszeit. Und ich will an dieser Stelle ganz klar sagen, ich werde nicht nur ein Weißbuch nächste Woche vorlegen, sondern ich lege das Gesetz vor zur Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit, damit Frauen endlich aus der Teilzeitfalle rauskommen. Und in diesem Gesetz geht es um die Frage, ist die Teilzeit mit dem Arbeitgeber aushandelbar und zwar so, dass sie passt in die Familie, in die Familie, in die Arbeitsberufswelt. Aber ich habe etwas reingeschrieben auch, was noch für viel Musik sorgen dürfte in diesem Land. Ich habe nämlich gesagt, ich möchte, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch selbstbestimmter über die Lage ihrer Arbeitszeit reden dürfen. Denn es ist oft die halbe Stunde morgens, die einem den ganzen Tag zum Stress werden lässt, weil man die Kinder noch wegbringt und der Arbeitgeber ohne besondere Begründung darauf besteht, es muss um 7 oder 8 Uhr angefangen werden. Ich möchte, dass wir eine Wahlarbeitszeit in diesem Land bekommen für die Beschäftigten. Das ist der Kern der Sache. Und deswegen wird es an dieser Stelle auch, liebe Genossinnen und Genossen, wird es an dieser Stelle eben auch mal Knirsch machen müssen. Weil es kann nicht sein, dass wir hunderttausende Arbeitszeitflexibilisierungen in diesem Land haben, aber die allermeisten nur aus der Perspektive der Arbeitgeber gestrickt sind. Es muss auch mal die Arbeitnehmerperspektive ein eigenes Recht in dieser Auseinandersetzung bekommen. Und darum geht es bei diesem Gesetz. Und dann habt ihr wahrscheinlich ja schon gehört, die Nahles macht da komische Sachen bei der Arbeitszeit. Ui, Experimentierräume. Was ist das? Ja, Leute, es ist auch nicht so, dass alles so bleiben soll, wie es ist aus Sicht der Arbeitnehmer. Viele sagen, ich würde gerne später Nachmittag nach Hause, Abendbrot mit den Kindern und danach arbeite ich weiter. Problem, ab 20 Uhr Spätschischzulagen. Wir haben einen Wunsch der Arbeitnehmer in dieser Gesellschaft. Der sagt, Arbeitszeitregeln müssen mich schützen vor Überforderung. Die Menschen wollen, dass Arbeitszeit sie auch schützt, dass der Chef nicht Totalausbeutung machen kann. Und dabei wird es auch bleiben. Mit mir wird es keine Änderung des Acht-Stunden-Tages in diesem Land geben. Da muss sich niemand Sorgen machen. Aber auf der anderen Seite, Leute, unterhaltet euch mal gerade mit den Jungen, unterhaltet euch mit denen in der Familienphase, gibt es sehr viele Wünsche, dass die Regeln nicht mehr so starr sind. Und deswegen haben wir gesagt, probieren wir es aus. Zwei Jahre, wissenschaftlich begleitet, auf der Basis von Tarifverträgen, also nicht wilder Westen. Und dann werden wir danach gucken, was können wir daraus für Lehren ziehen, auch auf der gesetzlichen Ebene, wenn überhaupt. Das kann sein, dass das ja überhaupt nicht der Fall ist. Ich jedenfalls möchte, dass ihr mitgeht auf diesem Weg. Denn es ist nicht so, dass nur wenn man Arbeitszeit sagt, es sinnvoll ist, in den Schützengraben zu springen in diesem Land. Wir wollen, dass Deutschland ein innovatives, ein modernes Land bleibt. Dass wir diese Digitalisierung auch als Chance für mehr Selbstbestimmung der Arbeitnehmer begreifen. Und das heißt für mich eben auch, dass wir versuchen, an dem Punkt einfach mit der Zeit zu gehen und gleichzeitig die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch in der digitalen Arbeitswelt zu schützen vor Überforderung, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, ihr habt das schon gemerkt in dieser Frage. So, ich ziehe euren ganzen Leitantrag, dass ihr euch nicht einig seid bei dem Thema. Das muss man gar sagen, ist typisch. Das beobachte ich überall. Wir haben eine Umfrage gemacht. Arbeitswelten. 50 Prozent der Arbeitnehmer sehen die Digitalisierung als Chance, die anderen als Bedrohung. Und wenn ich euren Leitantrag sehe, dann durchzieht dieser Leitantrag alle genau diese Sorgen, diese Abwägung. Und das muss ja für uns als Politik heißen. Wir müssen es hinkriegen, eine Balance zu organisieren zwischen den unterschiedlichen Interessen. Und das ist etwas, was sich aller Streits und aller Mühe lohnt. Ich kann nur eins ganz klar sagen. Die Digitalisierung ist da. Sie passiert. Wir können sie nicht verbieten. Wir müssen sie gestalten. Das ist der zentrale Punkt als Aufgabe einer sozialdemokratischen Partei in den nächsten 20 Jahren. Wenn wir da versagen, haben wir einen Kern unserer Aufgaben nicht gemacht, die wir machen müssen als Sozis, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen werden wir auch, das ist das zweite große Thema in der Digitalisierung, neben der Frage Arbeitszeit, Qualifizierung, Weiterbildung. Und da bin ich sehr froh, da habt ihr nämlich den richtigen Spur bei euch im Leitantrag. Wir wollen einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung und zwar nicht nur auf dem Papier. Wir wollen jeden Arbeitnehmer mit einem Weiterbildungsguthaben ausstatten. Und wenn wir das machen, dann bekommen diejenigen, die niedrige Qualifikation haben, ein größeres Guthaben. Und diejenigen mit Guter brauchen weniger. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass diejenigen, die die Weiterbildung am dringendsten brauchen, sie in diesem Land auch realisieren können, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen muss aus dieser Arbeitslosenversicherung eine Arbeitsversicherung werden, liebe Genossinnen und Genossen. Anders wird es nicht gehen. Ich bin heute nach Dresden gekommen und euer Bundeskongress ist ja nicht aus Zufall hier. So habe ich es jedenfalls verstanden. Gerade hier in Dresden macht auch euer Motto besonders viel Sinn. Farbe bekennen. Und das bei einer Situation, die nicht nur in Deutschland mehr als angespannt ist, wo Menschen eingeschüchtert werden, wo sich politische Hassbahn bricht, wo Fremde und Andersdenkende gegängelt werden und Politiker an Galgen auf die Demos getragen werden. Und was ist das eigentlich, was hier gerade passiert? Ich zitiere mal den sogenannten moderaten AfD-Vertreter Jörg Meuthen. Wir wollen, sagt er, weg vom links-rot-grün-versifften 68er-Deutschland und hin zu einem friedlichen, wehrhaften Nationalstaat. Was, liebe Genossinnen und Genossen, meint er eigentlich, meint er die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, meint er die Gleichstellung von Homosexuellen, meint er, dass man keinen Rassenpass in diesem Land mehr vorlegen muss, um in der dritten Generation als Bio-Deutscher durchzugehen, meint er das mit 68er-versiffter Demokratie in Deutschland? Ja, das meint der Kerl. Und er sagt es nur verklausuliert. Und das ist ein Angriff auf alles, was wir sind, was uns wertvoll ist. Das ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Und dagegen wehren wir uns. Das lassen wir nicht so, liebe Genossinnen und Genossen. Das heißt, dass alle sich auf Spielregeln verständigen und die auch einhalten müssen. Aber darüber hinaus darf jede und jeder leben, wie er mag. Für den Staat ist es völlig egal, wen ich liebe, wer meine Eltern sind oder ob ich morgens die Internationale pfeife. Das hat den Staat überhaupt nichts anzugehen, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, es wird ja jetzt geredet, schon viel über Wahlkampf. Viele reden, dass jetzt der Wahlkampf kommt. Und das ist ja auch so. Im nächsten Jahr gibt es Landtagswahlen, Bundestagswahlen. Aber es geht in dem nächsten Jahr eben nicht um Wahlkampf. Es geht um mehr. Es geht darum, unsere Demokratie zu verteidigen. Liebe Johanna, warum bist du in die Politik gegangen? Ja, oder Erik, oder Frederik. Nein, ich frage euch, ich werde oft gefragt, Genossinnen und Genossen, warum sind sie in die Politik gegangen? Und ich frage dann oft, ja, ich wollte bei mir im Dorf einen Jugendraum gründen und die CDU wollte nicht und sowas beantworte ich. Aber ganz im Ernst, Leute, wenn man mal ein bisschen tiefer in sich reinguckt, das ist ja nicht der Grund, warum ich in die Politik reingegangen bin. Sondern ich bin reingegangen, weil es Ungerechtigkeit gibt, die ich empfunden habe. Das waren vielleicht nicht die großen Sachen. Ich habe Anstoß genommen. Es war mir nicht egal. Ich bin nicht einer von diesen empathielosen Schweinen, die jetzt jedes Tag irgendwelche Ausländer hetzen. Ich habe ein Gefühl dafür, dass wir in diesem Land alle gut leben sollten und nicht nur ich selbst. Das war der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, ist es nicht ausreichend, sich einen Tag nach dem Brexit zu Demos zu versammeln. Die Jungen in England mehrheitlich für Europa. Aber vielleicht hat Ihnen Europa auch nicht gefallen, zu 100 Prozent. Vielleicht haben Sie keine echte Leidenschaft dafür gehabt. Ich weiß es nicht. Tatsache ist, dass nur 30 Prozent der jungen Menschen in Großbritannien zur Wahl gegangen sind und am anderen Tag große Demonstrationen veranstaltet haben. Ja, jedem in Europa, auf dieser Welt muss doch mittlerweile klar sein, dass es nicht mehr um 100 Prozent geht, sondern 0 Prozent zu verhindern. Das ist doch schön und gut, sich über Hillary aufzuregen, die bestimmt nicht perfekt ist. Aber jetzt haben wir Trump. Es kommt doch auf jede verdammte Stimme an. Darum müssen wir doch kämpfen im nächsten Jahr. Darum geht es doch. Ich habe hier gut reden, weil ich nicht jeden Tag hier in Dresden oder in Sachsen Politik mache. Deswegen möchte ich mich bedanken, Katharina Schenk, Stefan Engel. Ihr seid hier das Bollwerk. Ihr macht es. Jeden Tag, jede Woche. Und ich sage das ohne Ironie. Ihr seid für mich die Helden der Demokratie. Vielen Dank. Applaus